Hallo und herzlich willkommen auf der neuen AFA 2019. Wir sind in Halle 4 im Bereich Heimatrauschen, stehen direkt am Wasserbecken, wie man hier sieht. Und ich habe neben mir den Julius von Jetzt-Lebbing-Tours. Hi Basti, servus. Was gibt es denn bei euch ganz Besonderes dieses Jahr? Wir machen die erste Augsburger Eskimo-Rollenmeisterschaft. Dabei gilt es in 30 Sekunden so viele Eskimo-Rollen wie möglich zu schaffen. Es wird dann die Anzahl der komplett vorendeten Eskimo-Rollen gewertet. Das ist eine bestimmte Paddel-Technik und das zeige ich euch mit seinem Besten einfach mal. Hey Julius, du bist wieder trocken. Ich bin wieder trocken. Wie war's? Es war cool auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Aber gar nicht so einfach, oder? Nee, es ist echt nicht so einfach. Aber ihr seht, es ist auch für absolute Anfänger was. Kann jeder mitmachen. Und du hast es ja nicht zum Spaß gemacht? Ich habe es nicht zum Spaß gemacht. Wir haben einen coolen Hauptgewinn, und zwar ein Doppel-Paddel von Märkland. Wir hatten uns 250 Euro. Wir haben von Palm unter anderem was zu von Kumpel gestellt bekommen. Von Heimatrausch, von Happy Trails, sowie von Jackson Kayak. Cool. Also, vorbeikommen noch bis Sonntag auf der AFA 2019 hier in Halle 4. Da, wo sie alles um das Outdoor-Erlebnis gehen. Anmeldung am Messenstand von der Firma 1. Bleibend-Tour ist groß ausgeschrieben. Kommt vorbei. Wir freuen uns.